ich bin frustriert ich war doch eigentlich schon ein toast ich hätte nur space drücken müssen bis dich jetzt blöds glas okay ich kann mich auch drehen und jetzt hoch mit dir toast jawohl nein mach bloß keinen scheiß sagst du ups kann ja mal vorkommen tosch die oh gott ich war doch schon so gut und so weit es war doch schon so wunderschön und ich war schon einen den toaster ich war ein toast aber ich habe mich verbrannt wurde ich war einfach schon zu verfault und deswegen habe ich die sechs gekriegt so jetzt möchte ich gerne mit der zwei uiuiuiui lass den toast ein nein fick dich scheiße 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 hab ich schon gesagt scheiße 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 sagte ich so jetzt hoch mit dir man ich bin aber noch nicht so verfault nein was machst du denn du blöder toast ach gott ich klebe hier fest nein jetzt halte ich da fest toast du schaffst es oh ne lasst es bloß bleiben lasst das bloß bleiben ich möchte da ach gott jetzt du schaffst es toast ich habe die kommt ich habe gar keinen blick mehr für irgendwas komm schon rüber ah nein bitte toast komm rüber du schaffst es nein 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 ich bin tot ach f*** ich mal einen scheiß ich war schon im scheiß toaster drin ich hätte nur space drücken müssen echt ah nein 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 ich finde es immer so schwer da rüber zu kommen das kann doch nicht sein nee oh komm jetzt komm schon ach ja ich habe es geschafft halt dich bloß fest mein lieber toast haaah hallelujah nein scheiße nein nicht dein ernst ich war so gut ich war doch so gut mann scheiße soll ich denn hier jetzt rauskommen hey fuck scheiße nein bitte ich war doch so gut komm schon hoch jetzt komm schon hier wir schaffen das toast komm schon hier wir schaffen das toast oh gott oh gott hey da wird man richtig nervös ich bin schon richtig grad nervös hier so 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 und jetzt nochmal toast power so jetzt nichts falsch machen nichts falsch machen so jetzt bin ich hier jetzt muss ich mich nur noch wieder tosten lassen das ist aber gar nicht so einfach ach hey mach mich bloß nicht kaputt ich sag's dir nein falsch so so ich hab so schiss dass ich es nicht schaffe so so jetzt gehen wir nochmal in position und jetzt hoch mit dir boah ich hab schiss dass ich runterfall komm schon hoch mit dir du schaffst es toast so und jetzt komm schon toast rein mit dir du willst es doch auch wieso geht der nicht rein mensch oh gott ich bin doch vorhin so einfach reingekommen ja und jetzt face drücken ja ich habe es geschafft und auch sogar eine ja ich bin ein toast ich bin ein toast ich bin ein toast so jetzt gibt's nächste level das spiel ich aber nächstes mal ich muss jetzt erstmal von dem toast trip runterkommen das war ganz schön schwer und nervenaufreibend ich hab's so oft versucht und jetzt hab ich's endlich geschafft nach einer zeit hat man auch den dreh raus ich find's echt ein cooles spiel kostet auch in steam nicht so viel probiert's mal aus ist bestimmt auch mit mehreren leuten zusammen ganz lustig aber es kostet einen wirklich die nerven aber ich bin ein toast und das ist was zählt sogar ein ziemlich guter ich schmeck bestimmt mit nutella gut dann nochmal danke fürs zuschauen wenn du das video schön fandest würde ich mich wie immer über ein däumchen nach oben sehr freuen oder eben einen kommentar oder kannst mich auch kostenlos abonnieren vielen dank fürs zuschauen tschüssi 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 tschüssi